Ich lese Stiftung Warentest, Medikamente im Test 9000 Arzneimittel geprüft und bewertet und im Kapitel Hautare geht es um Krätze in Klammern Skabis und ich bin angekommen bei die bewerteten Medikamente und Wirkstoffe und ich lese noch mal einen Satz vor, der zutrifft. Was ist bei der Behandlung zu beachten? Krätze sollte mit einer rezeptpflichtigen Creme, die die Parasiten zuverlässig abtötet, behandelt werden. Diese rezeptpflichtige Creme ist geeignet und es handelt sich um Infektos mit dem Wirkstoff Permetrin. Daneben gibt es rezeptfreie Medikamente, grün-gelb mit Einschränkung geeignet. Das ist der Wirkstoff Benzylbenzoat und der Wirkstoff Cotamiton. Diese sind mit Einschränkung geeignet. Im weiteren Verlauf werden die Wirkstoffe in alphabetischer Reihenfolge vorgestellt und es geht los mit Benzylbenzoat äußerlich.